Oh man, ich wollte Walter Wells. Admin Abuse hat noch nie was gebracht. Ach ja. Wir können ja auch mal, ähm, Subarrier nehmen. 40 GB Aufnahme, ey. Wie viel? 40. Ja, ist so. Also, guck mal grad, wie viel ich jetzt an Aufnahmen habe. Subarrier können wir auch mal nehmen. Und jetzt scheißt mein G-Mall ab. Können ich mir direkt. Bitte. Ja, schau mal. So, ähm. Ich guck übrigens grad mal schnell, wie viel Aufnahme ich hab. Komm erst mal raus, glaub ich. Ähm. Ne. Der geht ja einfach. Wow. Ja, 200 GB Aufnahme hab ich. Ja, du nimmst noch Fraps auf, ne? Ja. Ja, das ist das beste. Das ist das schöne Wicentail hier. Ich hab jetzt 150. Ich nehm dieses Mal mit dem Lootless-Codec auf. Also, von daher. Also, ich muss sagen, es stört mich eigentlich überhaupt nicht. Die Platte ist groß genug dafür. Ja, mein Extern auch. Aber ich hab leider kein SATA-Kabel mehr. Deswegen ist es mit dem Aufnehmen auf dem Extern ein bisschen blöd. Weil man nur USB-Zahlen... Okay, Leute. Ich bin dann erst mal weg. Ich muss essen. Okay, kommst du dann wieder? Ich bin Hunger, aber. Kommt. Ja, na klar. Ich stell mich hier einfach irgendwo in die Ecke, okay? Ne, ähm, mach einfach Disconnect. Okay. Bis später. Bis später. Okay, ich muss leider nochmal neu reinjoinen. Weil irgendwie bei mir das abgekackt ist. Kein Problem. Ja, bei mir auch. Wie haben wir es denn überhaupt schon? Wir haben es halb acht. Warten mal halb acht, das geht ja noch. Ja, auf auf mich zu schießen. Hab mir länger vor. Wo seid ihr, Leute? Ich habe bisher... Warte... 137 GB an Aufnahmen. Und das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Oh. Ich habe nur vier Teile. Nein, ich möchte nicht in eine Umfrage rein. Aber die sind jeweils 50. Doch, du nimmst eine Umfrage jetzt teilt. Du hast schon wieder auf uns geschossen worden. Wer snipert denn da? Ich habe zwischendurch... Ja, das... Ich habe zwei in den Nahen, aber ich habe noch kein bisschen geschossen. Ich habe die Aufnahme immer wieder beendet und neu gestartet. Ich auch. Ist auch sicher auf mich persönlich. So. Ja, was ich halt beim letzten Mal gemerkt habe... Hi. Ich meine, ich habe... Korps hat ein Auto-Sniper. Ich habe einfach mal ganz stumpf 113 GB am Stück aufgenommen. Da, von... Da ist gerade... Da, 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 da. Da oben wird auf uns gesnipert. Mach nichts. Ich kann auch meinen Typ ja oder was. Sniper weg, Mantis. Ich habe... Nee, 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 neben VHS-Player. Neben VHS-Player. Ja. Über den Fernseher. Dann geh mal unten reingucken, ob da jemand gerade den Fahrstuhl unternimmt, also den Luftführendstuhl. Den hier? Hier, da, da, neben VHS-Player. Über den Fernseher die... Die Ebene. Ja und, ja und. Lass mich doch hier, lass mich doch hier. Da wurde er auf mich gesnipert. Ich habe den Schuss gesehen. Mach mich nicht auf diesen. Willst du da Mantis? Mantis war es nicht. Den habe ich nicht... Äh, der ist nicht... Haaguna hatte keine Sniper, aber... Hier ist einer! Hier ist einer! Muskelkater in den Beinen! Ich höre Schlüssel! Ich der! Mann! Ich wollte das erst runtergehen! Ja! Wuuu! Wuuu! Das war's auch schön! Ich fall einfach runter! Ich hab dich grad mit einer normalen Piste gekillt! Ich find die Waffe ja so scheiße! Ja, ich wollte grade Waffe wechseln und in dem Moment... Bäh! Weil kriegst du da so! Und in dem Moment, ich dreh mich um, seh nur zwei und denk so, scheiße! Meiner stand schon ne Minute hinter dir und hat einfach nur geguckt! Weiß nicht, Alter, ich hatte einen Radar und hab den nicht gesehen! Das aktualisiert sich ja auch nur alle 30 oder 40 Sekunden, ne? Außer du machst das im Menü auf! Ja, aber auch bei mir in der Umgebung war niemand in dem Moment! Außer du machst das im Menü auf und dann kannst du auch noch mal aktualisieren drücken! Mhm! Bei Napalm sind wir jetzt 6? Ja gut! Ne, bei 6 hatten wir noch kein D, aber wir hatten zwei Traitor, ne? Ja! Napalm, Napalm! Wo? So! Ich glaub es ist Napalm! Der hat auf mich geschossen! Der hat auf mich geschossen! Okay, okay, okay! Du warst voll live und hat auf mich geschossen! Geh, geh, geh zu dem Auto! Geh zu dem Auto! Nein, du strengst das Auto in die Luft! Hallo! Wie denn bitte! Guck mal, der masturbiert! Hallo! Hallo! Ihr stehst doch nicht! Guck dir das ein, stell dich mal rein, wo ich gerade stehe! Oh nein, es hat auf! Hat aber jetzt das aufgehört! Ohhhh! Der wird irgendwo rumsteht! Kein! Gut! Sind wir alle hier? Was? Sind wir alle hier oder? Ja wir sind alle hier! Ja! Wir sind zwei von uns sind hier Traitor! Ich glaube es sind Crocs... Und hm, wir nehm ich denn da? Also ich bin es nicht! Also ich seh Kara, ich seh Crocs und... Ja ich seh Wache. Aber wer ist jetzt da, ist Phoenix? Oh! Burn it! Guckt euch doch mal meinen Spray an! Nein! Warte! Alter, wieso ist die Instant explodiert? War das? Wie ging das noch? Auf geht's? Das war eine Disco, aber wieso ist die in der Luft explodiert? Sei denn, dass ich gegen gerannt bin oder so? Nein! BAM! Äh, wer schießt da? Ich nicht, ich hab noch 30 von 30! Ja, völlig ins Gesicht geschossen! Sein Bild! 8 von 13, weil ich gerade eben, äh, Ding ins... Vorsicht in sie, ich schmeiß' ja mal runter! Ja, weil der auf mich geziert hat! Ich hab ne Nancy runtergeschmissen! Ich weiß nicht, Karaguna, der versteckt sich gerade so hinterm Auto und macht noch ne Rauchballgranate! Jetzt sind wir alleine! Nein, 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 nein! Napalm, Napalm, Napalm mit der Acker! Nein! Ich treffe ihn nicht! Ja! Ich treffe ihn nicht! Ja! Ich treffe ihn nicht! Man, das, Alter, du hast es heute! Ich kann das echt nicht! Ähm, 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 das war übrigens meine Discombo, die hab ich vorhin geworfen und ich hab gehofft, ihr fallt alle runter! Ach, du warst das! Ja! Alter, Leute, ich rufe 50 Mal Napalm! Er ist full live oben! Wie soll ich auf ihn geschossen haben? Mal ganz ehrlich! Das geht! Das hab ich gar nicht mitgekriegt! Das geht! Ja, aber... Das geht! Da läuft ein Error! Das sieht das nicht aus! Ein Error läuft! Ein Error läuft! Kombo Error laufen! Der Error hat keine Munition mehr! Der sieht so episch aus! Ich muss ehrlich sagen, das hab ich echt nicht mitgekriegt! Och Mann, ich will auch mal wieder Traitor werden! Ja, das denk ich mir auch krass! Ich will auch wieder Traitor sein, das hat Spaß gemacht! Ja! Wow, ich bin angesnipert! Weiß ich von wo! Aus dem Haus raus! Aus dem Schrank irgendwo! Ähm, Gott, Gott! Äh, Gott, ne! Äh, 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 äh! Äh, äh, äh! Äh, äh, äh! Irgendwo aus dem Schrank! Da wollte ich erkennen von wo! Aus dem Haus raus? Aus dem Lego Haus? Aus dem Schrank! Aus dem Schrank! Wow, schon wieder, ich bin fast tot! Hab fast keinen Sinn! Irgendwo im Schrank ist einfach drin! Ja, ich bin... Na, warte mal! Ich glaub auf der rechten Seite! Ah, jetzt wurde ich angesnipert! Ja, ja! Ja, ja! Genau, da unten wollte ich... Ich bin auch angesnipert! Wow, 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 wow! Der K... Phönix! Phönix! Phönix ist es! Ist oben auf der Brücke zum... Oh, zum Auto! Auf dem Schrank auch! Scheiße! Ja! Warte! Ich hänge irgendwo... Irgend... Irgendwo! Ich weiß aber nicht wo! Sonst doch irgendwer am Link... Wer ist das? Napalm! Okay! Hier irgendwie... Äh... Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ah! Ja! Karaguna! Was denn? Warte mal, du hast einen Sniper, ne? Nein! Was? Ich hab die hier... Hier diese... Para! Ja! Ähm... Die ist sau-huteless! Die huge! So groß ist die gar nicht! MAUG! Ich hörte sie vier! Ich hörte sie vier! Boah! Boah! Guck mal, die falschen Stab! Manches steht da hinten und zieht in meine Richtung! Wo? Hu! Okay, da hat sich's erledigt! Der war gut! Der war gut! Der war gut! Überall C4! Hu! Und nochmal! Hammer! Der war geil! Ich sitze hier irgendwie auf dem Kabel! Ah! Scheiße! Was sieht? Sag mal, hast du die Galil vom Server genommen? Ich find die gar nicht so gut! Nein! Ich hab dich vorhin zweimal mit der Galil erschossen! Ah! Boah! Schießt mich einfach! Mach mir grad hier den Kopfhörer kaputt! Alter, was wird denn hier schon wieder geschossen? Gott hat auf mich geschossen! Ey Gott, können wir einschießen! Gott oder neuer! Mein Kabel-Wert! Uuuh! Die brennt alles! Ah! Die haben den zum Beispiel verschlüllt! Naja, hier brennt echt alles! Ah! Äh! Ich hör grad nichts mehr! Was? Oh! Das war jetzt grad nur Panik, ja? Hat die Rude jetzt eigentlich schon angefangen? Jaja, schon lang! Das war grad nur Panik, ja? Hä? Ich hatte doch gar keinen Zustand! Ah! Zustand? Ja, also Traitor, Inno oder Dieter! Ah! Ah! Wo? Von wo? Boah! Schießt der wer an, schießt der wer an! So! Da hab ich wohl auch reingeschossen! Wo nur? Der da hinten gestorben ist, hat geschossen! Deswegen hab ich ihn erschossen in der Ecke! Das bin jetzt ich! Keine Sorge! Achso, das wusste ich nicht! Boah, war schlecht! Mantis? Mantis, warum schießt du auf mich? Mantis! In der Aufnahme! Ich muss einem klitz Rost tappen! Ähm... Ich glaub Mantis... Hä? Karaguna AFK? Nein! Äh... Jetzt hör ich euch wieder! Wird nur gucken, weil du grad so rumstehst! Ne, weil... meine Kopfhörer auf einmal nicht mehr ging! So, ich komm wieder ins Spiel rein! Das was was! Und ist das? Ich komm wieder! Das was! Nur, falls du's verpasst hast! Mann, das hat mich grad angeschossen! Ich hab zurückgeschossen und ihn getötet! Mhm! Dann ist er irgendwo runtergefallen und ich weiß nicht, was seine Leiche ist! Die such ich gerade! So, ich glaube, Fraps hat bei mir abgebrochen. Alter. Also, ich habe echt... Bei mir hängt das gesamte Spiel gerade. Okay. Ah, scheiße, jetzt bin ich einfach fast runtergefallen und fast tot. Scheiße. Gibst du, du bist Traitor. Boah, ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Warum? Irgendwie packt gerade alles ab und das mit einer Aufnahme. So. Ich bin gerade runtergefallen. Hast du seine Leiche von Mantis hier irgendwo gesehen? Die ist hier runtergefallen. Der hat auf mich geschossen und ich habe zurückgeschossen. Die müsste hier irgendwo liegen vielleicht. Nein! Ich hatte 78 Leben und ich fall runter und habe nur noch 22 Leben. Aber ganz ehrlich, es haben noch zwei gelebt. Du warst Inno. Also, wer von euch beiden war wohl Traitor? Ja, er weiß es ja nicht. Ich hatte es ja nicht mitgekriegt. Ja, aber wenn nicht alle Leichen identifiziert sind... War doch alle ein bisschen... Nee, auf Zett drücken. Nee, das kriegst du als Inno nicht mit? Siehst du nicht. War keine einzige identifiziert. Siehst du, wer wirklich tot ist und wer wirklich am Leben ist. Und Mantis, warum hast du instant auf mich geschossen? Ich hatte Angst. Es war einfach wirklich nur Panik. Lass mich mal mal durch. Ich will hier hinter Munition haben. Nein. Hey, ruhig, geh raus, dann gehe ich da durch, dann kann... Nein. Geh raus. Also, jetzt nicht. Geh raus. Hey! Hey, ich habe über dich drüber geschossen. Der hat auf mich geschossen, das hat nicht wegetan. Chao ist Napalm. Ah, scheiße. Chao, wo seid ihr rum? Ich hätte abdrücken sollen. Er war Inno. Chao ist Napalm. Ich bin Inno. Ja, du kannst mich ja schießen, komm her. Ja, Gunnar hat die Hände hochgeschmissen. Er eine INSI. Joa, und? Toll. Hier, Gunnar, die USP, den rollenden Error. Hey, danke. Ich habe nur ein großer Error. Ich wollte die USP rausnehmen, aber ihr habt mich nicht gelassen. Da unten läuft noch Gottes rechtes Ei. Jojo, ich bin hier. Sehr gut. Warte mal, Mantis ist es nicht. Ich bin es auch nicht. Bin es auch nicht. Bin es auch nicht, wow. Bin es alle nicht. Warum seht ihr das aus? Das ist der Geweiß, ich glaube, die... Traitor ist eine Lüge. Es gibt gar keine Traitor. Warum kann es Mantis nicht sein? Der ist doch hier, dem die Dingens, oder nicht? Oben ist Phoenix. Aufkommt einfach nur mit... Aufverlinkt mittleren Plattformen. Warum ist es Mantis nicht? Ich habe mich nicht gerallt. Weil er jetzt viermal an mir vorbeigelaufen ist. Ohne mich zu erschießen. Wow, das ist ein Grund. Wahrscheinlich seid ihr beide Traitor. Schön Deckung gegeben. Es gibt hier, glaube ich, doch noch. Warte mal, wie viele Traitor gibt es hier auf der Map? Ein oder zwei? Hey, 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 hey. Hallo, kommt drauf an, wer schon gestorben ist. Oh, wow. Wow. You know? You know. Wow. Wow, wirklich? Wow, wirklich? Das ging easy. Das war ja mit dreifacher Ansage. Oh, Mantis, guck mal. Mantis ist überhaupt gar kein Traitor. Ja, ich hab's nicht mehr. Wir waren hier vorbeigelaufen. Ja, ich hab mir gedacht... Napalm, warum hast du mich hier gleich erschossen, Mensch? Warst du Traitor, Napalm? Nein, nö. Ich dachte, du willst auf mich schießen. Das war das Problem. Ich hab doch extra noch nach Kerzen gerade nach oben geschaut. Das heißt, man darf halt nicht machen. Der schießt mich auch jedes Mal, wenn ich irgendwo in die andere Richtung von ihm schieße. Nein, in dem Moment hat ich ganz einfach Panik, weil du da hier nicht angezeigt worden bist, dass du nach oben schießt, sondern dass du in meine Richtung zielst. Mantis? Hallo, Krok. Das letzte Mal hast du mich auch einfach angeschossen. Lass mich in Ruhe. Ja, das war in einem dunklen Gang, wo ich nicht gesehen hab, wer gerade vor mir steht. Ja, da ist auch ein dunkler Gang. Ja, okay. Dann gehen wir von dem dunklen Gang weg und gehen hier auf die freie Fläche. Ja, klar. Ich geh auf einer Sniper-Map auf die freie Fläche. Oh, Mann. Ja, dann sind wir beide hier so... Ne, 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 ne. Ich geh nicht auf die freie Fläche. Vergiss das. Er hat nicht gesnipert. Hier ist irgendjemand gestorben. Und ich sag doch, ich geh nicht auf die freie Fläche. Er ist weggesnipert worden. Vergiss das. Nein, nein. Ich geh nirgends hin. Vergiss das. Er hat wieder erschossen. Wie gesagt, er hat ja gesnipert. Okay. Mantis liegt jetzt... Mantis liegt mittendrin. Ich geh aber da nicht hin. Der ist weggesnipert worden. Direkt vor mir. Da muss das ja einer im Dings sein irgendwo. Ich geh da nicht hin. Nein, ich versteck mich jetzt. Lasst mich in Ruhe. Ich hab fünf Minuten Zeit. Wer ist denn jetzt erschossen worden schon wieder? Ja, beim Toaster. Baut Traitor. Okay. Jetzt kannst du ihn identifizieren gehen. Okay. Also er ist... Ich hab Schüsse gehört. Aber er muss eh Inno sein. Aber ist ja egal. Warum muss er Inno... Ja, stimmt. Weil er einfach weggesnipert worden ist. Nee, wenn ein Traitor schon tot ist... Der ist wirklich proven. Der hat gerade den Ding jetzt abgeladen. Ja, dann kann es noch... Dann kann es Phoenix sein. Ja, dann könnt ihr euch beide jetzt gegenseitig. Warum wir? Ja, dann könnt ihr euch beide jetzt gegenseitig. Weil ihr beide die Einzelnen nicht irgendwie... Na klar. Ich... Ich hab doch auch zu mir gesagt gehabt. Ich darf nicht kombinieren. Ich bin kein Traitor. Ja gut, das war ja auch ein Witz. Mein Gott. Dann bringt euch heute nicht um. Johnny, dein Exzelterfekt hättest du auch mal aufräumen können, wa? Phoenix, du stehst hier auf... Auch... Auch aus der Asche. Crow! Crow ist es. Crow! Crow, komm zu mir! Ah, ich weiß sogar, wo Crow ist. Aber ich geh nicht zu Crow. Ich versteck mich vor Crow. Das ist ein gemeiner... Bannerbär. Ich weiß auch, wo du bist. Ja, hast du noch da, wa? Ach, Quatsch. Ich hab dich nur gerade gesehen, wie du dort hingelaufen bist. Ah, ich höre dich. Hast du Munition gefunden? Nein. Nee, nee. Nein, hab ich echt nicht. Dann hast du vielleicht nachgeladen. Nein, echt nicht. Nee, nee. Meine Mac-10... Meine Mac-10 ist noch voll. Weil der andere, der noch übrig ist. Ja, genau. Ja. Darf ich mal kurz ne Frage in die Runde stellen? Ja. Verboten. Äh, bei mir steht hier oben, klick du Spectate Players or press E on a physics object to possess it. Das klappt aber nicht. Nee, klappt nicht. Weil hier keine, ähm, Props sind, die du... Aber es geht prinzipiell auf dem Server nicht. Ja. So, weil... Du kannst keine Ego-Sicht machen oder so. Naja, ich hab's bei ein paar, äh, TTTs gesehen, dass du halt als Toter auch dann irgendwie so Fässer oder so bewegen kannst. Naja, das ist ja aber auf dem Server wieder aktiviert. Warum wissen wir wahrscheinlich auch nicht. Das wollte ich nämlich nur gerade wissen, warum das nicht klappt. Ja. Ja. Wie wissen wir... Ach, da ist doch kein �xer. Wann? Wo bist du? Den, 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 den. Aaaaah, Mist. Dinn, din, 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 den, den. Dinn, dum, 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 dum. Grocks, du, sau. Warum? Ich hab ne Twitter-ABP. Aber eigentlich ne ganz gute Taktik. Ich bin Twitter! Du hattest ne Apo und hast dich gesnipert? Die hab ich jetzt erst bekommen. Ja, weil ich nichts gehabt hatte, wo ich ihn snipern hätte können. Der hat sich da unten wirklich im Schrank versteckt. Ja, das war die Taktik dazu. Aber da unten hab ich auch schon ein paar Mal welche erschossen. Nee, ich hab ihn wirklich nicht in Sichtweite gehabt. Sonst hätte ich ihn schon gesnipert, deswegen hab ich es mir extra gekauft. So much sniper, so wow. So much sniper, very wow. Boah, ein Mal Traitor werden, wirklich. Also töte den Inni als Traitor. Boah, was ist da explodiert? Ich hab einfach nur ne Granate geworfen, Manny. Ja toll, unter mir brennt's. Und über mir auch. Hast ne Inni? Oh Mann! Ne Inni in den Lüftungsschacht geworfen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab schon wieder einen Inni erschossen. Er ist runtergesprungen. Ihr habt ihn nicht geschmissen. Jetzt sind's, oh Gott. Okay, jeder der zubekommt, den töte ich. Wollte ich nur anmerken. Warum? Weil schon zwei Innos tot sind. Oh. Ich hab grad mal meine Aufnahme neu gestartet. Das ist nicht so alles laufen. Und wo ist zu dir? Dass man nicht zu dir gehen kann? Ja, ja. Ne, jetzt ohne Scheiß. Jetzt mal wirklich Mist. Ich bin wirklich Inno, aber ich will dir nicht über den Weg laufen, dass du mich dann noch über den Haufen schießt. Wir finden uns schon nicht. Keine Angst. Gut. Gut, dass ich auch keinen Radar hab oder sowas. Okay, es wurde gerade einfach nur schwarz. Das war total komisch. Aber ich hab mir eine Maus verzogen. Ah, gut. So. Also, du bist Inno. Bist du dir sicher? Weil dann schieße ich jetzt Karaguna weg. Ja, ich bin definitiv Inno. Hundertprozentig. Schießen um. Ja, der letzte Sache leider weglaufen. Ich hätt gleich abdrücken sollen, Mensch. Wieso willst du mich abknallen? Ja, aber er behauptet, er ist Inno. Was ist mit dir denn los, Junge? Geht halt auch. Also, ich... Hey. Ich hab jetzt relativ hier rumgelaufen. Wo bist du denn? Vertraue ich dir jetzt. Ja, ich bin hier und da. Mal mehr hier und mal mehr da. Ja, also, ich seh dich, Karaguna. Na! Hättest du mal umgebracht? Jesus. Na! Ich wollt guten Willen noch zeigen. Swipe a Galil. Zeig niemals guten Willen. Fuck! Ich hab dich auch noch gesehen. Irgendwann genau neben dir. Oh, Alter. Oh, Mann. Warum hab ich die Hand nicht bekommen? Oh, Mann. Wie es sich freut. Weil eigentlich nur auf diesen Rahmen und dann von oben auf ihn drauf, ey. Ach, du wolltest mich stompen? Was? 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 Ich würde dich killen. Ach, da bist du! Hä? Ich hab das nicht gesehen! Mal ne Frage, wollen wir dann mal ne kleine Pause machen? Deswegen hab ich ihn wahrscheinlich gesehen. Nach der Map ne kleine Pause? Ja, nach der Aufnahme für ne zweite Folge. Was heißt ne kleine Pause? Weil ich... Also bis 2.30 Uhr bin ich eh noch maximal da. 10 Minuten oder so. Um 2.30 Uhr heißt es abwärts in Richtung Super Bowl! Nee, dann lass das jetzt noch die eine Runde spielen hier auf der Map. Es sind noch drei Runden auf der Map. Dann lass noch die drei Runden spielen auf der Map. Und dann machen wir mal ein kleines Päuschen, weil ich... Dann lass noch die fünf Runden spielen auf der Map. Muss langsam mal aufs Klo. Ja, ich denke mal, die acht Runden kann man noch spielen. Ja, ich würde auch sagen, wir spielen noch die zwölf Runden hier zu Ende auf der Map, und dann kann man ne Runde eine Pause machen. Ja, ich denk... Ja, die 13 Runden, die schaffen wir noch. 13, ich dachte es waren 22. Du dachtest nur noch 20 Runden, das ist ja schon mal gut. 21? 22 Runden sind's doch. Boah, immerhin nur noch 43 Runden, ey. Jetzt hast du aber ein bisschen übertrieben, ja? Also... Wow! Da ist zu viel, ist gut. Nee, ist nicht mehr witzig. In 40 Runden drehen wir mal darüber. Quarks, Quarks für mich! Alter, Quarks für mich! Ich hab dich geschubst! Ich hab dich geschubst! Guck! Du kannst auch schubsen, da kriegst du keinen Schaden. Warte, das dauert immer ein bisschen. Bring ihn einfach um, Herzverdienst! Oh yes! Guck! Bring ihn einfach um! Ich mag das nicht! Bin mein Phoenix! Bin mein Phoenix! Du wärst fast runtergefallen! Schock schießt! Schock schießt! Ich geh hier weg! Wow, ich werd'n geschossen! Schieß nicht ab! Geht'n ab, Leute! Was geht'n ab, ihr? Ne, ohne Scheiß, was geht jetzt hier wirklich ab? Er ist jetzt Feuer verbreitet! Nein! Fuck! Napalm? Der hat auf mich geschossen, Alter! Ja, ich hab's gesehen, aber... Bin mein Phoenix! Bin mein Phoenix! Nein! Ich verpiss mich. Oh, guck mal, da unten hängt auch noch jemand. Boah, ich komm hier, die Specs schafft nicht hoch. Ich komm runter. Keine Sorge, ich hau' dich auch so weg. Nein! Crocs! Crocs! Warum echt? Nein, ich hab echt nix gemacht! Nein, ohne Scheiß! Ich hab echt nix jetzt gemacht! Bis auf ne Discombo geschmissen und ihm runtergehauen! Ich sterben Leute! Ich hab ihn nur getötet! Ja, er hat einfach einen anderen getötet! Er hat einen anderen getötet! Und runtergeschubst! Und mich geschossen hat! Ja, und? Das hat dich auch nicht interessiert, ob der jetzt inno war oder Traitor! Ist ja jetzt alles gestorben! Deuten? Also, äh... Nein! Phönix... Ne, warte mal, Napalm hab ich runtergeschmissen. Phönix ist, äh... Hat sich mit Napalm im Zwiestreit gehabt und ist dabei gestorben. So, wenn ich... Oder gestolpert. Hier piepts! Du, du, du... Nein! Eck! 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 Was? Ich war schon der Letzte! Ich war echt perfekt! Ihr habt euch alle gegenseitig gekillt! Na gut! Oder hast du mich gut? Ich hab halt einfach gar nichts gemacht! Ich hab einfach wirklich ihm nur mit der Discombo runtergeschmissen! Und... Er schaut die Discombo noch... Du hast die... Du hast die... Du hast die Discombo noch... Das sieht man bei mir! Du hast die Discombo noch ang... Du hast die Discombo noch ang... Jetzt lässt du dich Runden zu Ende und dann, äh, ne? Hältst du mal die Schnauze an! Hältst du mal die Schnauze an! Richtig? Jawohl! Ich würd sagen, ganz ehrlich, ne, darüber sollten wir uns in 85 Runden echt nochmal unterhalten! Du hast... Du hast die Discombo noch angeschaut und dann einfach... Hm! Egal! Weggies ne! Wurscht! Ist da halt ne Discombo! Auto! Ich laufe hier einfach mal drüber! Hä? Hallöchen! Wer ist das? Phönix? Ja! Oh der jetzt mal! Guck mal mit dir schön den Schatz! Der muss aber zugeben... Wer der unten ist... Ich glaube das war... Ich komm... Warte ich komm irgendwie nicht! Ich komm auch nicht! Was hab ich? Was ist das? Das warst doch nur du! Nein! Ich hab nicht mal einen Schuss abgegeben! Wer war denn das sonst? Es kam noch von hier unten! Hey! Ich bin hier hinten Junge! Ja ja! Von da hinten war ich... Ja! Ah! Napalm! Da oben sind Napalm und noch irgendjemand! Ja ich bin nicht hochgekommen! Ich bin unten! Geht denn da... Nein da oben sind zwei! Das Karaguna... Napalm! Jungen! Komm her jetzt! Jawohl! Auf Napalm ist es! Bei späteren... Was? Wer ist es jetzt? Ähm... Er... Ja er! Napalm! Ne Marco... Er ist ja schon tot! Wer ist es noch? Also ich wurde angeschnebert immer noch! Hat so ne neue Schale gemacht wie auch immer man das hinbekommt! Aber ich wurde angeschnebert! Oh Gott! Oh... Ah... Ja er weiß ja schon wer es ist! Ich hab grad irgendeinen hier gesehen! Also... Da hinten! Wer ist das? Hey! Warte mal! Ich vertraue dir! Ich vertraue dir! Ich vertraue dir! Ich vertraue dir auch noch! Ich vertraue dir auch noch! Ich vertraue dir auch noch! Was an mir? Warte hier ist grad! Irgendwo jemand gestorben! Jetzt hier irgendwo... Föhnix! 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 Ihr seid doch schies! Ich komm den Aufzug schon wieder nicht hoch! In der Mitte! Geht hoch! Nein! Ja in der Mitte! Aber jetzt mal wenn ich zur Seite will dann flieg ich wieder runter! Leck mich doch im Arsch! Ich bin oben drauf also... Oh da war C4! Verdammt! Er war zu langsam! Also Föhnix ist es jetzt! Warum sollte ich denn jetzt T sein? Verstehe ich gar nicht! Und wir sind doch nur... Die letzten... Das kann doch nicht wahr sein! Ach... Movement! Irgendwann bring ich's nochmal bei, wie man auf andere Leute schießt! Irgendwann! Aber nicht mehr in diesem Leben! Der hat mich mit zwei Schuss gekillt! Und ich hab voll drauf gehalten! Mit zwei Schuss... Wie... Wie geht denn das mit der Shotgun? Auslack! Auslack! Ey guck mal hier! Der Film Madagaskar hier! Cool! Seh ich ja jetzt erst! Warum lachst du so? Warum lachst du so und nicht anders? Warum lachst du so und nicht anders?